Fällt dir bei Australien vielleicht nur Fosters Bier ein, der Corkenhut, Vegemite oder eine extra starke Sonnencreme? Dann hold your horses, denn Australien hat tatsächlich viele unglaubliche Erfindungen hervorgebracht und ich bin sicher, dass die meisten davon euch sehr überraschen werden. Mein Name ist Chris, geboren und aufgewachsen in Deutschland, jetzt seit mehr als 15 Jahren in Australien und abonniert gern diesen Kanal, wenn euch das echte Leben in Australien interessiert. Ganz egal, ob ihr WH-Fauler, Expert oder dauerhafter Auswanderer seid oder werden möchtet. Australien mag zwar vor allem für seine atemberaubende Natur und die Tiere bekannt sein, aber das Land hat auch eine überraschend reiche Geschichte von Innovation und Erfindergeist. Das war auch bitter notwendig, denn als die ersten europäischen Siedler hier eintrafen, da waren die Ressourcen knapp und der nächste Temu-Hall, der war noch ein paar Jahrhunderte entfernt. In diesem Video stelle ich euch 10 der bahnbrechendsten Erfindungen aus Down Under vor, die nicht nur das Leben der Menschen in Australien, sondern auch weltweit das Leben der Menschen beeinflusst haben. Beginnen wir mit etwas, das jeder von uns wahrscheinlich täglich nutzt, nämlich Wi-Fi oder auch WLAN genannt in Deutschland und nur in Deutschland. Also die Wi-Fi-Technik, die drahtlose Internetverbindungen ermöglicht, die wurde ursprünglich von einem Team australischer Wissenschaftler entwickelt. Die haben beim CERO gearbeitet, beim Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization. Die grundlegenden Prinzipien für Wi-Fi wurden in den späten 1990er Jahren von John O'Sullivan und seinem Team dort erforscht. Wi-Fi hat, wie ihr alle wisst, die Art und Weise, wie wir miteinander kommunizieren, total revolutioniert und es gilt bis heute als eine der größten wissenschaftlichen Erfindungen Australiens. Übrigens, der CERO ist auch für alle, die nach Australien gehen möchten und einen wissenschaftlichen oder technischen Background haben, ein sehr interessanter Arbeitgeber. Da arbeiten nämlich mehr als 5.500 Menschen in der Vielzahl von Fach- und Forschungsgebieten. So, die zweite Erfindung, die ich erwähnen möchte, ist die Blackbox. Also das Gerät, das in Flugzeugen wichtige Daten und Aufnahmen während des Fluges aufzeichnet. Sowas wie Geschwindigkeit, Höhe, Steuerbewegungen, Triebwerksleistungen und viele andere wichtige Informationen. Und im Falle eines Unfalls oder einer Störung, da bietet der Flugschreiber eben Einblicke in die Ereignisse vor dem Vorfall und unterstützt die Ermittler dabei, die Ursachen zu finden. Das wisst ihr alles. Erfunden wurde die Blackbox aber tatsächlich vom australischen Chemiker David Warren. Dieser Mann hatte nämlich seinen Vater bereits als Kind durch einen Flugzeugabsturz verloren und klein David war gerade mal 29 Jahre alt, als er den ersten Prototyp dieser Blackbox als Reaktion auf diesen tragischen Absturz eben entwickelt hat. Seine Erfindung stieß zunächst auf Widerstand seitens der Luftfahrtindustrie, kann man sich denken, aber nach weiteren Flugzeugunglücken erkannte man die Bedeutung dieser Technik für die allgemeine Sicherheit. Und heute, ja, da sind Flugschreiber ja in jedem kommerziellen Flugzeug obligatorisch und haben dazu beigetragen, die Aufarbeitung von Unfällen weltweit erheblich zu verbessern. Vom Himmel zurück in den Alltag. Und wir reden jetzt über das Geld. Euro-Geldscheine sind ja aus Papier und wie ihr wisst, bringt das Probleme mit sich. Sie sind nicht fälschungssicher genug und sie können leicht kaputt gehen, zum Beispiel wenn man sie aus Versehen der Waschmaschine mitwäscht, weil man sie in der Rosentasche vergessen hat. Daher hatten Wissenschaftler in Australien die Idee, Banknoten aus Plastik herzustellen. Und die Idee entstand bereits in den 60er Jahren durch eine Zusammenarbeit der Reserve Bank of Australia, also der Zentralbank und eben wieder dem Zero. 1988 war es dann soweit und die ersten Polymerbanknoten kamen auf den Markt. Tja, und seit 1996 sind alle Geldscheine in Australien aus Plastik. Die Technologie sorgte weltweit für Aufsehen und fand aufgrund der offensichtlichen Vorteile schnell Nachahmer, unter anderem Kanada, Großbritannien und Rumänien. Man kann natürlich auch davon ausgehen, dass noch viele weitere Länder der Idee folgen werden. Allerdings ist das Ganze in Australien heute gar nicht mehr so wichtig, denn nur noch 10% aller Transaktionen werden überhaupt mit Bargeld abgewickelt. Über 90% sind mittlerweile digital. Das ist ein erheblicher Unterschied zu Deutschland. Digitale Bezahlsysteme wurden hier einfach viel, viel schneller angenommen. So, kommen wir jetzt zu einer Erfindung, die nur eine Minderheit betrifft, aber für diese einen unglaublichen Unterschied in der Lebensqualität macht. Und zwar das Cochlea-Implantat, auch bekannt als Bionic Ear. Das handelt sich hier um eine Technik, die gehörlosen Menschen geholfen hat, wieder zu hören, indem sie elektronische Signale direkt an den Hörnerv sendet. Und dieses Implantat, das wurde von dem australischen Mediziner Graham Clark und seinem Team entwickelt. Die Forschungen dazu gingen bereits in den 60er Jahren los und das Implantat wurde im Jahr 1984 der Öffentlichkeit vorgestellt. Und da wir gerade im Medizinbereich unterwegs sind, Australier erfanden auch den ersten Herzschrittmacher und auch Ultraschallgeräte. Der Herzschrittmacher, der wurde 1926 von dem Arzt Mark Lydell entwickelt, der im Crown Street Krankenhaus in Sydney tätig war. Der hat ein neugeborenes Baby mit Herzproblemen behandelt und er stimulierte das Herz des Babys mit elektrischen Impulsen, experimentell. Und damit rettete er letztendlich dem Neugeborenen das Leben. Allerdings hat er sich nie getraut, mit seiner Erfindung an die Öffentlichkeit zu gehen, weil das ethisch gesehen damals ein sehr heikles Thema war. Und so kam es, dass kurz darauf der Amerikaner Albert Hyman dann den ersten Herzschrittmacher der Öffentlichkeit vorgestellt hat. Ultraschallgeräte wurden übrigens auch vom Zero entwickelt und von der australischen Firma Orsonics im Jahr 1976 das erste Mal kommerzialisiert. Was haben wir noch im Bereich Medizin? Ach ja, genau. Wir haben Penicillin, Gardasil und Cerverix, was alles aus Australien stammt. Penicillin kennt ihr ja, wurde zwar schon Anfang des 20. Jahrhunderts von dem Schotten Alexander Fleming entdeckt, aber erst der Australier Howard Florey und sein Forscherteam, die extrahierten es dann von einem bestimmten Schimmelpilz und zeigten, dass es eben bakterielle Infektionen bekämpfen kann. Und Gardasil und Cerverix, das sind Impfstoffe gegen das Papillomavirus, HPV. Und die hat der Immunologe Ian Fraser von der University of Queensland erfunden. Das waren die ersten Impfstoffe überhaupt, die vor einer Krebsart geschützt haben. Und apropos Schutz, in meiner Kindheit in Deutschland, da bin ich ja noch in Autos mitgefahren, auf denen es überhaupt keine Sitzgurte gab auf der Rückbank. Heute natürlich undenkbar. Erst 1984, da wurden ja Gurte in Deutschland Pflicht. Da waren die Australier ein bisschen progressiver. Die haben nämlich bereits in den 1960er Jahren darüber intensiv nachgedacht, als Forschungsergebnisse von Wissenschaftlern der Monarch University in Melbourne den Grundstein für ein Gesetz legten, das den Einbau von Sitzgurten in allen neuen Autos vorschrieb. Und bereits ab 1971 galt das in Australien auch für die Rücksitze. Natürlich wie immer gegen erheblichen gesellschaftlichen Widerstand. Damals hatten alle das Gefühl, dass diese Anschnallpflicht einfach mal die Freiheit des Autofahrers total zerstört. Und dass das einfach nur einer Nanny-Staat ist, der jedem Vorschriften macht, und dass sich doch jeder selber entscheiden kann, ob er sich anschnallt oder nicht. Und sowas kennt man natürlich immer, wenn neue Regularien eingeführt werden. Das triggert die Leute dann immer dann hart. Und alle haben das Gefühl, dass es jetzt das Ende der Freiheit ist und dass das garantiert nicht gut geht. Ich glaube, bei der Einführung des Blinkers für Autos war es auch so. So, dieses Thema ist aber für mich immer ein gutes Beispiel, dass früher eben nicht alles besser war. Zum Beispiel, in Deutschland sind 1970 noch mehr als 21.000 Menschen bei Verkehrsunfällen gestorben. Aktuell sind es weniger als 3.000, obwohl ja heutzutage viel mehr Menschen in Deutschland wohnen. In Australien war das auch noch krasser. Bei nur 3 Millionen Autos auf der Straße, in dem Zeitrahmen, da sind knapp 4.000 Menschen gestorben. Umgerechnet auf Deutschland wären das 30.000 Verkehrstote pro Jahr. Also, nur ein Beispiel für etwas, das früher mal nicht besser war. Und mein Take zu diesem Thema ganz allgemein ist auch, dass diese Glorifizierung der Vergangenheit bei vielen Menschen einfach nur eine Nebenwirkung des Älterwerdens ist. Man erinnert sich eben an eine Zeit, wo man irgendwie weniger Verpflichtungen und mehr Hoffnung hatte. Und deswegen denkt man, dass früher alles besser war. Okay, aber Schluss mit der Philosophie. Wir müssen weitermachen. Zurück zu den Erfindungen. Auch die letzte Erfindung kommt aus dem Bereich der Medizin, und zwar die Haut aus der Sprühflasche. Diese Erfindung, die kommt von der australischen Chirurgin Fiona Wood, und die hat bereits 10.000 Menschen nach Brandverletzungen geholfen. Denn wenn ein Brandopfer eingeliefert wird in eine Klinik, dann entfernt der Arzt erstmal ein etwa 2x2 cm großes Stück aus der gesunden Haut des Patienten, und damit wird innerhalb von nur einer Stunde eine Sprühlösung hergestellt, die dann auf den Patienten aufgetragen wird und die Wundheilung auf diese Art und Weise deutlich beschleunigt. Eine schöne Sache, wenn man betroffen ist und etwas, was wir australischer Forschung zu verdanken haben. So, welche der Erfindungen haben euch eigentlich jetzt überrascht? Kennt ihr weitere australische Erfindungen, die ihr der Liste hinzufügen möchtet? Bitte keine Biersorten und wie gesagt auch nicht den Korkenhut erwähnen. Hinterlasst aber gerne einen Kommentar. Ich freue mich immer über Kommentare und wie ihr wisst, versuche ich ja auch auf alle Kommentare so gut es geht einzugehen. Mein Ziel ist es, guten Content für euch zu schaffen, der euch interessiert, und dafür ist euer Feedback wie immer Gold wert. Ich danke euch an dieser Stelle für eure Aufmerksamkeit. Bis bald.